Mein Name ist Bernhard Huber und leite hier die Badewanne. Ich bin Importeur für die Marken Nougat und Scottish Fine Soaps. Firmen, die in London sitzen oder in Schottland und beide bezaubernde Produkte rein produzieren. Man hat hier sehr interessiertes Publikum und Leute, die wirklich was Neues auf sich angucken wollen. Das ist natürlich für eine Messe genau, was man als Aussteller möchte. Bei Produkten legen wir den Wert auf Optik und natürlich eine gute, hervorragende Qualität.